Willkommen zu einer weiteren Folge Dinkum und ihr seht schon, ich habe mich besser vorbereitet. Naja, ich habe mich anders vorbereitet. Ich habe jetzt einen Speer dabei, ich habe jetzt hier ein bisschen Buff-Drinks, nicht Buff-Food, Buff-Drinks dabei, die mir die Lebensenergie und die Ausdauer ein bisschen hochpushen. Dann werde ich mir noch gleich zwei, die, die, na die Helm, Kamera hätte ich mal gesagt, die Helme holen mit dem Licht dran. Dann, das hole ich auf jeden Fall noch und wir machen noch eine tolle Quest, Shipping-Request von Franklin. Der will 29 mal gekochtes Krokofleisch und geben dafür 106.000. Das finde ich schon sehr gut und ich habe mal nachgeguckt, ich habe auch so viel Krokofleisch, ich glaube ich habe 40. Zwei habe ich jetzt in der Tasche vom letzten Besuch in der Mine. Ja und jetzt wollen wir gleich mal, also morgen früh, in den neuen Teil der Mine. Das wird sehr interessant. Ich war mal ganz kurz drinnen, ohne Aufnahme, nur mal kurz reingeguckt. Ähm, ja, das hat mich gleich ziemlich am Anfang schon zerlegt. Das war, äh, doch, ist eine andere Hausnummer, muss man schon sagen. Okay, ähm, ach das Fleisch, guck mal, das kann ich weglegen. Guck mal, ich habe sogar mein ganzes Inventar leer. Das hat man sonst auch nicht so oft. Miet, 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 miet. Da kann man ja mal, was machen die Kirschen hier? Also die haben wir noch gar nichts hier zu suchen. Ähm, kommt da mal hier rein und die Marmelade. Die Apfelmarmelade packe ich jetzt auch erstmal hier rein. Ähm, ja, ich muss ein bisschen Krokofleisch machen. Dauert jetzt einen kleinen Moment. So, in der Zeit kann ich ja mal kurz die Helme holen und die Kristalle zertrümmern. Denn die muss man klein machen, da habe ich jetzt einen Hinweis bekommen. Hm, die kann man nicht so komplett da reinstecken, wo sie hingehören. Nein, die muss man, ähm, klein machen und dann in diese Vorrichtung reinstecken. So, das machen wir mal eben. Ich nehme mich immer noch da oben, zum Glück. Die haben auf mich gewartet. Ehrlich. So, da brauchen wir die Kettensäge. Und dann sägen wir das Zeug kurz und klein und kriegen dann immer drei Splitter. Dauert auch einen kleinen Moment. Das wackelt jetzt ein bisschen, ne? So, hier. Äh, wo auch immer der dritte jetzt ist. Ah, da, okay. Hat sich irgendwo... Ja, da sieht man sie, drei Stück. Und vier Stück brauchen wir da vorne für diese Vorrichtung. In der... In dem Minenfahrstuhl. Ja, die kommen dann hier rein. Aber das mache ich erst morgen früh. Weil ich will auch erst morgen früh los. Jetzt wäre das, äh, Verspendung, weil der Tag ist ja schon so angefangen. Vielleicht überlebe ich wirklich eh nicht lange. Wo ich schon mal hier bin, machen wir das doch erstmal weg. So, nehmen wir einmal alles mit. Kann da wieder schön was Neues entstehen. Ich habe wieder ein bisschen Metall. Guck mal, alleine deswegen schon muss ich Eisen eigentlich gar nicht holen. Weil ich kann hier oben, ähm, ausreichend Eisen bekommen, ne? Ich darf die Helme nicht vergessen. Ähm, ja, wo ich gerade hier das Spinifex Toothback gemacht habe. Ich habe auch einen Hinweis bekommen. Dass, wenn man diese, ähm, oh, diesen Helm mit dem Licht dran hat. Und dann Spinifex Prisin, also wenn man das quasi in den Grill packt. Das, was dabei rauskommt. Ähm, im Inventar hat. Dann geht nur nie das Licht aus von, 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 von dem Helm. Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht probiert. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Ist das wirklich so? Also nutzt der dann das als Kraftstoff? Ich will es jetzt aber auch nicht ausprobieren. Ähm, ich werde alle meine Helme mitnehmen, die ich habe. Ich habe drei Stück. Gut, brauche ich natürlich drei Slots. Oder zwei Slots. Einen habe ich ja auch. Ich glaube, ich habe, ja genau, drei Stück. Zack. Ach, guck mal hier. Ja, siehste. Den nehme ich auch mit. Ob ich ihn brauche, weiß ich nicht. Ob er mir was nutzt. Habe ich alles mitgenommen? Jawohl. Schön. Gut. Ja, dann muss ich ja mal kurz hier zu Franklin den ganzen Kram reinpacken. Und dann mal wieder zum Grill. So, einmal alles rein hier. Zack. Ja. Schön, schön. Dann habe ich neun Charts. Dann ist ja auch die Frage. Das werde ich dann ja sehen, wenn wir aus der Mine wieder rauskommen. Sind diese Charts dann aufgebraucht? Also kann man die nur für einmal benutzen? Ähm, und dann fährst du runter? Oder reichen die jetzt für immer? Eine Feder. Ist das eine Feder? Ja. Ein Federchen. Okay, dann sammeln wir hier einmal alles. Habe ich das schon eingesammelt? Nee. Okay, hier ist irgendetwas. Ach, die dreckigen Vögel haben wir das weggefressen. Ihr Schweine. Ach nee. Ich wollte gerade sagen. Hey, was ist denn das für ein Bug? Nee, ist kein Bug. Das ist so gewollt. Ach Gott, da muss ich einen kleinen Moment warten. Kann man da eigentlich dann ne Vogelscheuche hinstellen? Würde das was bringen? Warte mal, die habe ich doch irgendwo. Ich glaube bei den Holzsachen. Äh, halt. Denn hier oben bei den Holzsachen. Nee, wo habe ich denn die Vogelscheuche? Habe ich sie hier? Nee, ich habe sie hier. So, jetzt habe ich sie. Da ist sie. Das wäre mal interessant. Ähm, die Feder. Ja, hier ist sie drinnen. Ach so, warte mal. Da war noch irgendwas. Ach ja. Den ganzen Kleideradatsch muss ich ja nicht mitnehmen. Stell dir mal die. Ja. Wenn ich hier stehe, dann kommen sie eh näher. Was würde mich interessieren? Hat die da jetzt beigehen, die kleinen Stinker, oder nicht? Ja gut, komm, tun sie ja auch erst, wenn ich, äh, weg bin. Hm, na gut, die Dinger setze ich erst auf, wenn ich sie brauche. Nein. So, machen wir das. Da kommt natürlich der Helm auch weg. Ich gehe mal aus, gehe mal davon aus, dass die jetzt nicht mehr kommen. Lass es aber auch nicht ewig lang ausprobieren, das ist ja. So, was haben wir denn hier in der Kiste? Schauen wir doch mal rein. Äh, Dark Tiles und Lime Sneakers. Lime Sneakers ist ja ganz cool. Ja. Bisschen was Fetziges. Und dann bringe ich mal die Dark Tiles. Bring mal in irgendeins der Häuser rein. Einfach mal gucken, wie es wirkt. Da bin ich ja immer noch nicht weiter mit dem Dekorieren. Das ist ja, also hier ist schon ein sehr schöner Boden drin. Bam. Okay, das sieht wirklich nicht so toll aus. Ich finde das schade, dass das denn aufgebraucht ist, ne? Dann ist es weg. Dann ist das Basic Wooden Floor, dann kann es ja verkaufen. Also, was willst du damit denn noch im Basic Wooden Floor? Brauchst du nicht. Muss das jedes Mal neu kaufen. Lädt nicht so zum Experimentieren ein, finde ich. So, hier kann ich die Kisse. Tschüss. Schuhe nicht. Die packe ich jetzt einfach erstmal hier rein. Oh, Schuhe hier rein. Hier habe ich eigentlich die ganzen Festtagssachen drin. Das muss ich auch mal, ähm, umsortieren. Ich habe doch so eine... Hallo Krokodil, sag doch mal da, wo du bist. Ähm, so eine ganze... Die ganzen Sachen noch irgendwo liegen. Ich glaube, bei mir im Haus sind die. Schön hier, ne? Mit dem Hai. Hier kommen die an mich ran. Herrlich, herrlich, herrlich. Ey, da bräuchte ich schon mehr von den Grills hier. Ah, pass schön auf hier. Zack, zack, zack. Zack. Ja, habe auch eben die ganzen Sachen verkauft, die ich, ähm, in der Mine gefunden hatte. Vor allem auch den Hang Glider. Ja, und so ein paar Slingshots und was ich da hatte. Und Speer und keine Ahnung. Das hat mir zusammen dann irgendwie 400.000 gebracht. Oder über 400.000. Jetzt habe ich schon wieder 600.000. Wollte die eigentlich jetzt auf der Bank packen, aber... Der, der Dings war noch nicht da. Wie heißt denn der nochmal? Nicht Melvin. Der andere. Der andere alte Mann, wie heißt denn der eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Jetzt mal gucken. Ja. Wilburn, Mensch. Aber irgendwas mit M. Äh, irgendwas mit M. Einmal noch, glaube ich. Zweimal noch, ne? Oder teilweise... Ja, vier... Ja, ahaha. Einmal fehlt dann. Einmal fehlt dann. Ah, lalala. Ähm... Sollte ich irgendwas laden? Ne. Brauch nichts laden. Ich muss die Zeit ein bisschen überbrücken. Und dann gehen wir heute auch zeitig ins Bett. Gebe nur noch kurz die Quesser. Für einmal muss ich noch. Dann behalte ich die... Ne, das brauche ich ja, dass das guckt. Das kommt hier rein. Ja, und dann... Hoffentlich habe ich alles. Zumindest habe ich alles das mit, was ich letztes Mal mitnehmen wollte. Den Helm mit dem Licht und... Äh... Ja, den Batsapper. Aber ich weiß nicht, ob es heute eine Flegermäuse gibt. Also ich habe noch keine... Ich kam wirklich echt nicht weit. Ich bin aus dem Fahrstuhl raus. Dann war da so eine komische... Fleischfressende Pflanze. Äh... Und dann hat sie das schon der Liesi gehabt. Die war ganz schön fies. Vielleicht gehe ich dir auch lieber aus dem Weg. So, moin. Ich möchte gern was... Ne, ich will nichts verkaufen. Quatsch, gar nicht. Ja, ich verkaufe dir das hier. Äh... Ähm, ne. Ja. So, nochmal reden. Ich möchte chatten. Äh? Habe ich die nicht angenommen? War das nicht für John? Ich habe das doch angenommen, oder nicht? Habe ich die... Hm. Okay. Okay. Ist für Franklin. Dann bringe ich das Franklin. Der hat schon Feierabend, glaube ich, ne? Und das Dings ist da. Shila ist da. Oder Sheila. Keine Ahnung. Wo ist er denn? Muss Ausschau halten nach einem Typen mit einem weißen Kittel. Wo ist er? Wo ist er? Es wäre so schön, wenn man die Overkarte sehen könnte. Gut, ich meine, so einen Riesenbewegungsradius haben die jetzt auch nicht, aber... Na ja. Da, da, da. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Äh... Ich habe das für dich erledigt. Jawohl. Ja, 29 Mal. Hm. Äh, die Kohle. Das ist nicht schlecht. Über 106.000. Das ist schon, äh... Schon sportlich. So, gut. Den Eimer bringe ich mal weg. Achso, ich könnte ja nochmal gucken, ob ich für Shila die Quest mache. Da ein bisschen weiterkommen. Und hier, die Blumen haben sich vermehrt. Ich hätte hier nur eine reingesteckt, also die können sich vermehren. Auch wenn die vielleicht gar nicht echt sind. Ich weiß es nicht. Die echt sind. Oder? Nicht. Wo ist sie denn? Ach, da. Na, die will bestimmt wieder was zu essen, ne? So. Lass uns das mal ein bisschen reden. Okay. Und du willst was als Dings haben? Need anything? Ja, das... Oh, Pavlova. Na, ich werde es mal probieren. Was ist das hier eigentlich? Ist das Pavlova? Ne, ist ein Frottsalat. Okay. Hätte ja sein können. Uh, Pavlova braucht schon ziemlich viel, glaube ich. Ich habe da mal ganz viel von hergestellt. Vielleicht habe ich da vorne auch noch was? Ich gucke mal nach. Das wollte ich doch verkaufen hier an den, an den, an den, an den Typ auf dem Boot, ah. Ich vergesse den Namen immer. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ne, das ist nur Käse und, ja, den könnte man noch da raufpacken. Den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Pavlova. Äh, da, das ist genau, das ist es. Es geht, ne, geht eigentlich. Die Frottsalat habe ich. Zucker und große Eier. Große Eier müsste ich... Ah, was habe ich gesagt? Zucker, ne? Große Eier müsste ich eigentlich auch haben. Warte mal. Big Chicken Egg. Jawohl. Dumm, dumm, dumm. Sehr schön. Dann fangen wir da mal wieder zurück. Zucker auch. Eigentlich sollte ich schauen, dass ich immer alles da habe, um alles zu kochen, ne? Zu backen, zu frittieren, ich weiß es nicht. Gerade für, für Shaila. Die will ja andauernd irgendwas. Wo ist sie denn? Sie bestimmt bei ihrem Zelt irgendwo rumtreiben. Was übrigens farblich auch sehr gut zu ihren Haaren passt. War das eigentlich schon immer so? Ich weiß das gar nicht. Habe ich nie drauf geachtet. Na bist du? Ja, mal rüber. Ja, moin. Ähm, hier, Joko. Da kriegst du deine Pavlova. Bitteschön. So, kriege ein bisschen Dings. Und natürlich auch ihr Vertrauen. Wo sind wir denn? Ein volles Herzchen. Wird noch ein bisschen dauern, bis sie zu uns zieht. Ähm, okay. Also, Helm weg. Ab ins Bett. Die, die, Helm ist gut. Die Heimer, meine ich. Äh, ja. Das machen wir bitte wieder zu. Da sind die Tiere alle weg. Warte mal. Erstmal rauspacken. Und den Haarraum mal wieder färben. So. Dann ist es mir zu. Es ist mir zu dunkel. Okay, ähm, jo. Ab ins Bett. Und dann morgen früh direkt in die Mine. Habe ich alles dabei? Ja, Kettensäge brauche ich. Das Lufthammer habe ich. Falls ich was zum, äh, welche Tiere fangen kann. Also, an welchen Kiefer habe ich was dabei? Ich habe Waffen dabei. Ich habe die Schlüssel dabei. Ob man sie mit da unten braucht, weiß ich nicht. Ich habe diese Charts dabei. Ich habe Helme dabei. Kann ich mal gleich einen aufsetzen. So. Ich habe hier ein bisschen Licht im Bett. Ah, herrlich. So. Ich freue mich, wa? Ab in die Mine. Ah, das wird wieder sehr denkwürdig. Ich hoffe, ich stelle mich besser als das letzte Mal, weil sonst ist die Folge gleich schon zu Ende. Und ordentlich Dings verdient diesmal. 492.000. Äh, raus her. So. Okay, ähm, da winkt was. Da winkt mir etwas. Jetzt schauen. Was will er denn? Open. Tinbars. Ja, das ist nett. Da geh nochmal kurz weg. Tinbars. Das müssten hier sein. Jawohl. So, und ab geht's. Ab in die Mine. Und bevor ich runterfahre, werde ich mich auch noch stärken. Damit meine Lebensenergie und meine Dings ein bisschen höher ist. Die Lebensenergie und Ausdaueranzeige. Dass ich da ein müh höhere Überlebenschancen habe. Dim, 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 dim. Ah, herrlich. Hier entsteht wieder was. Sehr schön, sehr schön. Das ist gut. So, okay. Use. Ja, solltest du. Okay. Ähm, dann trinkst du das mal? Ach, das geht drinnen. Kann ich das nicht trinken? Ich glaube, einmal geht. Ja. Das ist natürlich doof. Jetzt bin ich gleich satt. Ah, mehr trinkt er nicht. Okay, muss ich unten machen. Ja, dann, äh, los geht's, würde ich sagen. Hm, go down. Vor allem, ich denke mal, diese Charts sind jedes Mal aufgebraucht, ne? Das heißt, da muss ich jedes Mal vier Stück von holen. Also, jetzt bräuchte ich noch einen. Ne, warte mal. Ne, ich hätte noch vor allem mal. Okay, los geht's. Und schon kommt irgendwie an. Lass mich in Ruhe. Ah, hilfe. Du bist so schön bunt, aber... Ne, bunt bist du eigentlich. Ja, aber die bekämpfen sich gegenseitig nicht. Au. Oh, was? Die vergiften mich. Die Schweinchen. Die vergiften mich. Ich dreh durch. Knochen haben die, okay. Oh, Fallobwunsch. Alter. Zu sick? Wie, zu sick? Ich bin zu krank zum Essen? Äh, ich hab die Zunge von dem bekommen. Ah, 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 ah. Wie, ich bin zu krank, um zum Essen? Das ist ja krass. Das ist ja krank. Ne, das find ich, also, das find ich ja ein bisschen sehr hart hier unten. Da ist einfach das Leuchten, das da hinten, das wir hier haben. Das wird doch was Neues sein. Woran seh ich denn jetzt, wie krank ich bin? Das seh ich ja gar nicht. Ach da, 15 Sekunden noch. Aber Essen füllt sich auf, das ist gut. Ich mag mich ja gar nicht bewegen, ehrlich gesagt. Aber ich würde da gerne reingehen. Aber ich mag mich gar nicht bewegen. Aber eigentlich will ich da rein. Hallo. Ih! Ne, was ist das denn? Ist das euer Ernst? So, was macht ihr? Macht ihr mich auch krank? Geht bestimmt mit einem Fleisch oder so, ne? Was ist mir doch nicht los? Ey, das muss ich mir schon klein kloppen, oder wat? Oh, Bricks, was ist denn hier los? Ah, Hilfe! Oh Gott! Ne, alles will mich hier umbringen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Leute, das ist doch nicht euer Ernst. Muss ich diese Höhle wegmachen hier? Ja. Jetzt kommen die da mal wieder raus. Okay, bist du... Was kriege ich dafür? Von denen kriege ich gar nichts. Okay, diese Mosey Bricks, ja, die brauche ich nicht wirklich, ne? Was ist denn das hier? Rub Meat, okay. Ähm, ich will das halt noch... Hm. Au! Ich hab den nicht gesehen. So, weg da! Eckiges Vieh! Weg, weg! Krus, hab in dein Körbchen. Okay. Da ist wieder so ein... Aber das ist, glaube ich, einfach nur so ein Glow-Käfer, ne? Hätte ein spannendes Neues sein. Glow-Bug, ja. Ich würde da... Da hinten ganz gerne mal ran, wo es leuchtet. Ne, das ist einfach nur Blumen. Glow-Button. Ne, das ist ja einfach nur... Iron, okay. Oh, das ist... Das ist schlimm hier unten. Wie komme ich da rein? Will da rein? Will ich da rein? Achso, wah, doch. Hier, guck mal, da sind doch... Du brauchst doch Schlüssel. Hä, rein da. Äh, rein da. Oh nein. Okay. Ach, das geht ja noch weiter. Wahnsinn. Wie viel Schlüssel man hier braucht? Juhu, eine Kiste. Okay, eine... Grüne Kiste. Was haben wir denn da alles? Ja, gut, okay. Alles Dinge, die wir schon haben. Nichts spannendes Neues. Die Kiste werde ich, glaube ich, mitnehmen. So, ey. Pick up. Ja, ist eine Green Wooden Chest. Wobei, gut, grün machen könnte ich mir sie selber. Ähm... Wahrscheinlich in dem grün nicht. Hallo. Oh, das ist was anderes. Warte mal, warte mal. Bleib mal hier. Oder? Das ist was anderes. Das ist was anderes hier. Ne, ist auch ein Glowbug. Okay. Darf habe ich jetzt die Tür hier aufgemacht? Ist ja richtig gelohnt. Kann ich das hier nicht wegsegen, das Zeug? Ah ja. Wine. Ist ja zum Wine. Was habe ich von Wine? Da mache ich nur die Tür auf, da bin ich draußen. Das muss ich nicht... Was kann ich denn damit machen? Naturals Rope. Okay, natürliche Seile. Hm. Dann nehme ich mal ein paar mit. Vielleicht brauchen wir die. So, eigentlich wollte ich mal... Soll ich auch irgendwie ein neues Erz geben hier unten? Das ist es nicht, oder? Das ist Iron Ore. Trotzdem nehme ich sie komplett mit. Da ist sie. Hässliche Pflanze. Ein bisschen Platz. Okay, jetzt hat sie mich entdeckt. Au. Au, Oli ist echt krass stark. Ey, warte mal, warte mal, warte mal. Ja, das mal ein bisschen erweitern. Ey, die ist voll stark. Au. Was schießt die? Was ist das? Auf damit. Vor allen Dingen ist die voll schnell mit dem Schießen. Au. Was ist das? Ey, ist das Wahnsinn. Ey, ist das Wahnsinn. Das ist zu hart. Das ist zu hart. Das ist zu hart für mich. Ey, also bei der brauchst du... Also hier lohnt es sich vielleicht wirklich mal Pfeil und Bogen. Okay, ich will dich aber einmal erledigen. Weil ich wissen will, was du tropfst. Wahrscheinlich nichts Spannendes, ne? Wahrscheinlich auch gar nichts. Okay, das war ja sehr ergiebig. Ähm... Bin noch nicht sehr weit gekommen von meinem Fahrstuhl. Gehen wir mal da lang. Äh, gehen wir mal nicht da lang. Gehen wir mal hier rein. Gehen wir... Ne, da war ich ja schon drin, oder? Ja, ich glaube ja. Okay. Ja, deswegen braucht ich die Kettensäge, ne? Obwohl wir nicht Platz so machen. Die neue Pflanze, die lasse ich also die... Ihr könnt immer gerne in die Kommentare schreiben, ob man die braucht. Ob die was Tolles haben können, aber... Wenn's nicht sein muss, lasse ich's hier drüber. Ihh, äh! Diese blöden, eckligen Würmer. Werden die viel Schaden machen. Ich muss euer Nest mal leider kaputt machen. Nervt nämlich voll. Okay. Seht ihr das hier, die Tür aufzumachen? Wie ist man denn? Ach doch, das ist ne Kiste. Ihh! Also gegen die hab ich noch nicht so ein Patentrezept. Ich werde da einmal schießen. Ne, ich auch nicht. So. Ha! Bei mir doch nicht. Okay, keine... Da hab ich mir schon fast gedacht, dass das Ding mal eintroppt. Wobei, ne, das ist wahrscheinlich kein von dem. Da hab ich nur weggekloppt. Oh, hier ne Klobürste. Oh, ne... Oh! Bekonium-Ohr. Okay. Oh! Ein Blattkleider? Nein! Candlehead! Endlich hab ich den Candlehead! Ich dreh durch! Jawoll! Ähm, den hab ich auch noch nie gehabt. Damit kann man mit kleinen Dingen noch ne Freude machen. Äh... Nein, den sollst du aufsetzen, Junge. Ja! Ja, und dann will ich natürlich das jetzt benutzen. Die Schade ist bald kaputt. Ich zieh dann reparieren, wär schon gut. Aber das Ding hat natürlich noch ein bisschen mehr Wumms. Kann man die Dinger... Ja, jetzt kann ich sie natürlich nicht wegnehmen. Ähm... Ja, wo schwimm ich denn mal hin? Komm, wir schwimmen einfach mal rüber. Was bestimmt eine total gute Idee ist. Why? Ja, die... Die andere, ähm... Das andere Ding hier hat natürlich mehr Licht, ne? Oder? Ne, jetzt auch nicht hier drinne. Das täuscht. Jetzt wieder dieses Clothing-Bumms. Dieses Belkonium. Heißt das Belkonium? Ich glaub, ja, das würd ich ganz gern mal finden. Das ist aber anscheinend... Ist hier nicht? Rar. Oh, die! Earth of Paradise. Auch nicht schlecht. Na komm her, du. Mach mir Schaden jetzt. Oh, diese Schaufel hätte ich mir schon lange mal herstellen sollen. Wusste gar nicht, dass sie selbst einen Schaden macht. Die kann ja hier Dings herstellen, hier der... Die von dir will ich nicht. Also du musst dich hier wirklich buffen. Das ist schon, weil oben mit der normalen Lebensanzeige jetzt der gar keine Chance hier. Außer man ist absolut der Skiller hier und, äh... Kann den immer ausweichen. Aber das bin ich nicht. Oh, hier. Ich seh schon, für diese Ebene braucht man viel mehr Türen. Der ganze Wein muss weg hier. Der ganze nicht, aber das muss weg. So, da geht's. Geh in die Kiste. Oh, yes. Findet man die nur so? Das ist ja geil. Das ist ja geil. Die hab ich ja noch nie gehabt. So eine Frilly... Frilly? Frilly Stator? Stator? Ne, die will ich mitnehmen so. Das ist natürlich richtig gut. Oh. Ähm... All die... Ja, das hab ich mir schon... Das hab ich mir schon lange gewünscht. Ist wirklich so. Das hatte ich ja damals gesagt. Davon eine Statue und die an meiner Mine unten dran. Also an der Pyramide. Das wär schon cool. Jetzt geht das. Brauch ich nur eine zweite. Aber ob ich das heute erreichen werde, eine zweite. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich hier langlaufe gerade. Aber ich glaube... Auf jeden Fall in der Richtung, wo ich noch nicht war. Wenn ich wieder zurückkomme... Ich weiß es nicht. Ach nee. Nehme ich mit. Aber... Oh, da ist es. Da ist das Neue. Ich will von dem gar nichts. Will das nur wegbauen, ja? Ach nee, das ist es gar nicht. Warte mal. Moment mal. Aber das werd ich auch... Ne, das kann ich nicht klein machen. Bring ich das jetzt zurück extra. Ganz schöner Weg, ne? Versuch mal hier so mitten durch. Was wird? Ich weiß nicht. Ja, genau. Schwimmen ist immer eine gute Sache. Das ist ganz toll. Bis jetzt hab ich hier noch nichts. Ach doch, diese Frillys, oder wie die heißen. Die können schwimmen. Die können schwimmen. Ist nicht so gut. Einmal mittendurch. Da könnt ihr mir vorstellen, dass das Ding schon ganz gut Geld bringt. Nimm's mal wieder mit. Fliegen lassen, Ketten. Mitnehmen. Kannst du das mal mitnehmen? Danke. So, jetzt haben wir's. Ähm. Wo geh ich denn nochmal hin? Mit dem Ding sollte ich nicht mehr schlagen. Den nehm ich wieder meinen Speer. Wieder die Mütze auf. Wann gehen wir denn mal? Gehen wir mal da hin? Gehen wir mal da nochmal hin? Hello. Hello. Hinten leuchtet's verführerisch. So verführerisch ist, weiß ich nicht. Ob ich das will. Kleine Würmchen. Schöne Pflänzchen. Aua. Aua, Aua. Bird of Paradise. Also die würde ich ganz gerne vermehren, wenn's geht. Das werde ich ja erst oben sehen. Die wären auch cool. Der ganze Wine, ne? Der Nervoll. Zum Wine ist das wieder. Okay. Okay, 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 okay. Da hinten ist wieder ein bisschen Licht. Oh, da wird gekämpft. Ja, kämpfen. Die kämpfen wirklich? Ne, das ist in Ordnung. Machen die euch mal gegenseitig fertig. Kümmern ich mich hier um die. Au, au, au. Ah, los. Sehr schön. Okay, die kämpfen noch ein bisschen. Ich bin so krank zum Essen. Wie lange bin ich denn noch krank? Wie krank ist krank? Zehn Sekunden noch. Okay. Die Pflanze hat gewonnen. Wenn ich Glück habe. Ah, nein, hab ich nicht. Okay. Von dem neuen Erz hab ich jetzt nicht wirklich viel gesehen, ne? Ja, da will ich ja rein. Unbedingt. Das ist schlimm. Das ist so schlimm. Doch, komm, lass mich raus hier. So, jetzt aber gut. Jetzt aber gut. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder zu krank zum irgendwas machen. Kann der sich nicht rumdrehen? Doch. Sah eben so aus. Ich bin schon wieder zu sick. Ah, eine Kiste. Aber schon wahnsinnig viel Schlüssel man hier braucht. Also da werde ich mal ganz viel... Halt. Das war schlecht da, ne? Die Olden, ne? Hier könnten wir nix. Okay. Also dieses Erz finde ich bis jetzt nur so. Noch so ein helles Ding. Auch nicht schlecht. Kann ich das mitnehmen? Ja, kann ich. Die nehme ich mit. Schauen wir drüben nochmal rein. Okay. Habe ich Glück und finde da... Oh, 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 oh. Vielleicht noch irgendwas tolles. Wahnsinn, wie viel Schaden die machen. Ja, da ist wieder Ende. Das muss ich nicht aufmachen. Ich hau jetzt hier auch mal ab. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Das hältst du im Kopf nicht aus. Ein und nach mir das und ich muss hier weg. Ja, nehmen wir noch mit. Also diese Dings, dieses neue Erz habe ich bis jetzt nur in Kissen gefunden. Könnt ihr mal schreiben, ob man das auch als Erzvorkommen hier irgendwie findet. Das hat mich hier, glaube ich, ein bisschen verfrickelt. Halt mal einen Weg. Das wäre immer interessant. Oder ob man es wirklich nur in den Kissen findet, dann wäre es schon wirklich sehr, 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 sehr warm, muss man sagen. Aber war schon erfolgreicher als beim letzten Mal. Das letzte Mal gab es ja in dem Sinne vor euch gar nicht. Das habe ich ja noch gar nicht aufgenommen. Ich bin hier wirklich nur einmal kurz runter. Und dann hat es mich zerlegt. Dann habe ich ganz schnell das Spiel beendet. Damit das nicht gespeichert wird, hat es mir geklappt. Oh, Mann. Weil sonst wäre mein Pass ja weg gewesen. Der, der Dingspass, der Minenpass. Oh, 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 oh. Diese Dinger droppen aber gar nichts, ne? Da könnte gerne ein bisschen Holz droppen. Oh, war ich hier schon? War ich hier schon drin, ne? Ja, war ich schon. Tür ist offen. Okay. Das sind ja die ganz normalen Glowing Mushrooms, genau. Ja, dann fahre ich jetzt hoch. Nach oben. Ja, go up. Und dann werde ich mal gucken, wie viel bringt das Ding hier. Ist ja die Frage, verkaufe ich es, verkaufe ich es nicht? Ob ich... Die Kristalle brennen. Ich könnte mir vorstellen, dass man das jetzt noch verkaufen kann. Und später... Äh, falsche Richtung. Und später irgendwann... Ähm, vielleicht auch braucht für die nächste Ebene. Guck mal, hier sind nämlich die Dust Devils. Da sind Kängurus. Hier könnten diese Frizzy's dann sein. Wollte ich das schon hinstellen? Frizzy? Frizzy, da bist du. Äh, ja, da hin, da, ja. Ja, genau, da dahin. So. Na, da würden dann zwei von denen hinkommen. Wenn ich sie mal hab. Und dann brauche ich hier irgendwie noch was Drittes. Was könnte es denn noch geben? Vielleicht diese Pflanzen als Steine oder so. Das wäre natürlich auch cool. Oder die Krokodile. Mit den Pilzen auf dem Rücken. Irgendwie sowas, ne? So, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz. Ach, nee, gucken wir nicht mehr. Nee, doch. John hat ja länger auf. Stimmt, der macht nochmal bis 18 Uhr, glaube ich. Da wird der Stau. Da wird der John aber Stau. Warte, ich ihn bringe hier doch. Meine Herren. So. Sagen wir mal... Heute ist Sonntag. Der hat gar nicht auf. Heute. Heute ist Sonntag. Heute hat niemand auf. So gut wie niemand. Ja, dann nehme ich das Ding mal mit, ne? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob man das wirklich... Ob das noch einen tieferen Sinn hat, dieses grüne Zeugs hier. Oder ob man das im Moment erstmal verkaufen kann. Und ich werde mir, glaube ich, jetzt auch angewöhnen... So, pack da mal hin da. Angewöhnen, die ganzen Sachen, die ich hab, wirklich aufzuheben, ne? Sowas wie... Na gut, die Knochen sind ja normal. Zunge, ähm... Also alles, was ich jetzt neu bekommen hab. Wenn ich hier was neu bekommen hab. Den Wine werde ich auch ein bisschen aufheben. Oh, den lieft leider. Warte mal. Die machen wir mal hier hin. Ähm. Ui. Ähm. Das werde ich mir mal angewöhnen, aufzuheben, ne? Weil da hab ich ja damals schon mit den... Mit den Fledermausflügeln. Falsch. Hab ich schon falsch gelegen. Bzw. damals hat man sie ja auch nicht gebraucht. Und dann wurde eine nützliche Funktion eingefügt. Jetzt kriegt man die relativ schwer. Also damals war die Dropchance wahrscheinlich genauso hoch, aber... Was hat man denn nicht so gesehen? Mein Blatt brennt. Ich find diese Gleiter ganz cool. Aber die bringen auch nur was, wenn du da deine Ausdauerleiste ganz oben hast, ne? Zack. So. Ja, das soll's mal gewesen sein für diese Folge. Wie gesagt, schreib mir in die Kommentare. Brauch ich diese grünen Kristalle? Beziehungsweise kann ich dieses neue Erz... Da. Der Konium-Ohr... Oder Strange-Ohr... Kann ich das... Ähm... Auch so finden. Oder wirklich nur in den Kisten. Ich werd das jetzt mal hier reinpacken. Und schön barren. Fünf Stück muss ja wohl gehen, oder? Okay. Okay. Muss ich's hier reinpacken? Nö. Okay. Okay. Geht nicht. Das denn rein? Brauch ich dafür in einen anderen Ofen? Gibt's noch einen mit in einen anderen Ofen? Hier rein? Nein. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Naja. Ihr werdet's mir schon sagen. Ähm. Nächster Folge geht's weiter. Ich weiß noch nicht, was wir da machen. Noch eine Tour in der Mine? Ich muss mal schauen. Wenn es sich lohnt, ja. Ansonsten... Muss ich mein ganzes Stuff hier erstmal verteilen. Und... Ähm. Ja, lasst euch überraschen. Ich weiß es selber noch nicht. Ich hab ja im Übrigen noch ein paar Namen, die gern verewigt werden wollen als Straßennamen. Keine Angst. Das werde ich auch noch machen. Das hab ich noch nicht vergessen. Dann kann das hier auch erstmal rein. Ähm. Machen wir in einer folgenden Sendung, sag ich schon. In einer folgenden Folgen. Folgende Folgen. Wird das auf jeden Fall gemacht. Genau das kann da rein. Dann kommt die Zunge da auch rein. So. Ich hab noch den Musattel. Die muss ich auch nochmal nutzen. Ja. Also. Wie gesagt. Nächste Folge geht's weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Und ich verbleibe wie immer mit einem. Ciao, ciao. Bye.